Hey Leute, was geht? Ich war Alfa und willkommen zu deinem Video! Ja Leute, wenn ihr Spiele günstiger wollt, ihr wisst Bescheid, mein Partner Instagaming ist in der Beschreibung, da gibt's Minecraft, GTA und alles viel billiger. Aber heute Leute, ja hier ist keine Verwandemaschine, richtig gut. Alfa! Hä? Alfa ist so zu hoch, weil ich höre es an. Alfa ist so zu hoch, weil ich höre es an. Ja man, let's go, lass es zu Ende gehen. Lass die Tür aufs Welle! Was geht denn da? Was geht? Alfa ist das wirklich zu hoch? Was geht? Hey, was ist los? Hä, ich bin gerade bei der Arbeit, also ich bin Polizist. Nein, warum bist du Polizist? Dein Hut, Junge. Du, es ist nicht zu lachen, Alter. Okay, okay, was geht ab, Alfa? Was ist los? Deine Familie geht's nicht gut, Junge. Wie, was? Wie, was? Familie geht's nicht gut? Ja, Alfa, die sind im Krankenhaus, Alfa, du musst schnell ins Krankenhaus, Alter. Alfa! Ja, weil ich, du musst sie retten, Junge. Wie, was ist passiert, Alfa? Hä, keine Ahnung, Alfa, du brauchst, die brauchen deine Hilfe auf jeden Fall. Hä, ist das jetzt kein Spaß, Alfa? Ja, ist kein Spaß, ich traue dich, weil du brauchst, du traut mal nicht, Alfa. Okay, okay, lass schnell ins Krankenhaus, lass schnell ins Krankenhaus. So, wir sind da, wir sind da. Wo, in welchem Zimmer sind die? Hä, keine Ahnung, Alfa, was weiß ich, ich bin Polizist. Sind die hier? Nee, hier sind die Toilette. Oh, ähm, warte mal, sind die hier? Hä? Nein! Alter! Was? Ich muss nicht da hin. Nein, mein Papa, was geht mit dem ab? Oh, Alfa, Junge, ich weiß, ich dem jetzt, glaube ich, gar nicht gut, Junge. Piep, piep, die ganzen Geräte. Guck mal, was ist hier alles angeschlossen? Was steht da, Mann? Der Arme, Mann, Bro, du musst ihm helfen. Hä? Was steht da oben? Da ist ein Goldapfel. Das braucht er, oder was? Ich glaube schon, Alter, um den zu retten, Junge, aber wo sollen wir jetzt schnell einen Goldapfel auftreiben? Junge, das ist sogar ein OP-Goldapfel, der leuchtet. Guck ihn doch mal an. Du musst schnell einen suchen, Alfa. Nein, 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 warte, ist nur er hier im Krankenhaus oder sind noch mehr? Nein, ich glaube, er. Nein, warte, wer ist da? Nein, mein Cousin, nein, was geht? Nein, der Cousin, Alter, der Arme. Nein, guck mal, der braucht eine Heal-Potion, nein, die gibt es auch nicht gut, Mann. Ja, Junge, wo finden wir den? Wer hat das gemacht, Mann? Hier liegen jetzt ganz viele Sachen rum. Nein. Oh nein, oh nein, warte, aber bitte, nein, bitte nicht noch einer im Zimmer, nein. Nein, meine Mutter, nein. Oh, Alter, Junge, der geht es auch nicht gut, Alter. Die braucht auch so eine Suppe, Alter. Was ist das für eine Suppe? Die habe ich noch nie gesehen. Wofür finde ich denn sowas, Ente? Hä, weiß ich nicht, Bro. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich bin nur der Ente, Mann. Okay, ich werde das alles besorgen gehen, egal wie teuer das ist, Ente. Du musst mir helfen, Mann. Ja, Junge, wir müssen es aufgreifen, schnell. So, hier ist keiner mehr. Ja, gut, gut, Junge. Zum Glück sind es nur drei, ist aber immer noch zu viel. Leute, wir müssen denen helfen, Mann. Wir müssen denen helfen. Alter, wo denkst du, könntest du das Goldäpfel, wo könnte es Goldäpfel geben, Alter? Hä, keine Ahnung, in einem Laden oder so, oder? Oder Baum, oder keine Ahnung, Alter. Lass mal gucken gehen, Martin. Müssen wir überlegen, wo wir die ganzen Items finden können. Also, wir brauchen Goldapfel, Healpotion und diese Regenbogen-Suppe. Wo gibt es einen Regenbogen-Suppe? Ja, Mann, aber, Junge, keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gegessen, Bro. Ich auch nicht, Mann. Wir müssen gleich hier überall gucken gehen, Leute. Ganz wichtig. Aber musst du immer noch die ganze Zeit in die Polizei nur vorm Tragen? Denken die nicht, dass hier irgendwas los ist? Hä, okay, ich ziehe aus. Okay, hier ist es besser so. Guck mal, hier sind irgendwie Goldäpfel, aber ich glaube, die kann man nicht essen, oder? Nein, ich glaube, das ist die falsche Sorte. Ja, das ist die falsche Sorte, aber wir brauchen richtige OP-Goldäpfel. Wo gibt es die hier, Mann? Die muss doch hier irgendwo in den Supermarkt geben. Hey, Walter, wir sind auch in der Freude, oder? Was? Wo? Hier ist der OP-Gold-Apfel, nur einer, oha. Aber wie toll ist der? Oh, jetzt ist der Letzte. Also, kannst du mal einen Preisschnitt lesen. Oha, Junge, den können wir uns nicht leisten, Alter. Hä, wieso nicht? Der kostet einfach fünf Stacks, Dias. Fünf Stacks. Fünf Stacks. Hallo, ist das eure Angst, Mann? Nein, Junge, wir brauchen das ein Notfall, Alter. Oh mein Gott, okay, warte, hier ist doch... Ja, hier ist ein Geldautomat. Endlich werde ich das Geld kurz abheben. Warte mal. Jo, wir sind zu klein, Alter. Ja, ich hebe es ab, ich hebe es ab. So, ich glaube, ich habe jetzt alles abgehoben. Fünf Stacks hat geklappt. Jo, Alter, du bist zusammen, oder? Nein, 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 ich habe noch ein bisschen. Endlich gib mir den Gold-Apfel, ich will bezahlen. Warte, 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 ich gebe dir. So, danke. So, wir wollen einmal hier den Gold-Apfel. Wir wollen hier kaufen fünf, sechs Diamanten. Was soll das? Was ist das für ein Preis, Mann? Hier, bin ich schön. So, das ist hoch, Alter. Richtig frech, Mann. Aber guck mal, wir haben jetzt schon den Gold-Apfel. Wir können ihn schon heilen gehen. Aber uns fehlt immer noch was. Hey, Leute, du kannst damit fahren. Was gibt's? Ja, weil ich habe den mitgenommen, Alter. Werden wir schon so viel Geld bezahlen. Da, Junge. Ist so, dann dürfen wir das eigentlich mitnehmen. Warte, wir können mal im Restaurant gucken gehen, oder? Vielleicht gibt's auch so eine Regenbogen-Suppe. Regen-Bogen-Suppe muss es hier bestimmt geben. Warte, warte, kann auch mal. Bei Ali gibt's sowas auf jeden Fall nicht, Alter. Ja, das kann nicht sein. Warum arbeitet hier heute keiner, ey? Egal, in der Küche sehe ich hier auf jeden Fall nix. In den Kühlschränk. Hier gibt's da unten. Hier ist ein geheimer Keller. Okay, das sind, glaube ich, nur Apfelflaschen. Ja, ja, das stimmt. Und Apfelsaft, Junge. Ja, ja. So, aber hier müsste es doch irgendwas geben. Hier gibt es Sushi. Das sind Kekse. Sushi ist auch nicht, Alter. Pflanze. Oh, Ente, guck mal an, Ente. Jo, das ist doch diese Suppe von dem Bild, oder? Ja, es ist die, glaube ich. Die brauchen wir. Rainbow Curry. Wieso brauchen wir das denn mit dir? Das ist doch nie gewandt, Alter. Rainbow Curry, Junge. Wer isst sowas? Vielleicht sind da richtig viele Pflanzen und so drin. Vielleicht ist sie richtig gesund. Wie teuer ist die, Mann? Ente, kannst du hier ein bisschen Diamanten liegen lassen? Jo, ich, oder was? Ja, komm, Ente, weil ich hab hier grad nix mehr. Es ist kein Automat. Ja, komm, für deine Family mache ich das gerne, Alter. Ente, für dich, für deine Familie würde ich auch Geld bezahlen. Das ist ein Notfall, Ente. Du weißt nicht, Alter, was geht's? Doch. So, warte, ich lass den Stack da, Junge. Ich würde ja auch niemals essen, die Familie von dir. Hey, du würdest die auch essen, Alter. Nein, nein. Warte, ich muss mal noch mal kurz ein bisschen Dias abheben geben. Vielleicht wird das wieder teuer. Du weißt, Alter, Junge. Nein. Ich brauche kurz ein bisschen mehr Diamanten, Mann. Das ist ein Notfall, wirklich. Ja, das sollte, glaube ich, reichen. Wie viele Stacks sind das? Ja, ja, mehr müssen wir, glaube ich, nicht mehr mitzahlen, Alter. Ich hab noch einen dabei, Alter. Einen, die hast du noch. Ja, einen Stack. Oh, einen Stack hast du noch. Ach, gut, gut, gut. Wir müssen weitersuchen. Heal Potions. Lass mal hier oben gucken. Was ist die eigentlich überhaupt? Hey, ich glaube, wir müssen dazu so sauber haben oder so, oder? Warte, hier ist ein Blumenladen, oder? Nee, ich glaube, hier gibt's nichts. Jo, als ob wir so was in einem Blumenladen haben. Hey, nee, warte mal. Im Krankenhaus gibt's auch bestimmt Heal Potions, oder nicht? Das ist doch ernst, Mann. Wieso haben wir nicht da nachgeguckt, ey? Wir sind so dumm. Jo, warum haben wir dir nicht gleich den Gegeben, Alter? Wir sind so dumm. Wir sind auch schon fast da. Ich hoffe, die werden gleich alle gesund, Alter. Leute, los, fahr schneller, Mann. Ja, ja, ich komm, ich komm schon. Komm mit deinem Einkaufswagen. Wir müssen die retten, Mann. Das ist kein Winz hier. Ja, Mann. So, let's go, let's go, let's go. Komm, wir müssen doch schon Heal Potions finden. Was ist das? Ich guck mal, Paket. Nee, hier ist nix. Wir machen immer alles auf. Durchsuchen alles. Jo, Alter, hier ist gar nichts drin. Ja, ist echt nirgends. Wo war's hier? Gucken wir mal da. Warte, hier. Was hast du denn gefunden, Alter? Guck mal, wie viele Heal Potions da drin sind. Oha. Oha, ein Junge hatte so einen Heal Potionsschrank. Richtig viel. Ich hab jetzt einfach fünf Stück rausgenommen. Dürfen wir wahrscheinlich. Ich lass dir einfach ein paar Diers liegen. Ja, Junge, es geht um alles, Alter. Es ist ein Lohn, vor allem. Wo sind eigentlich die Ärzte, Mann, wenn man die braucht? Egal. So, Goldapfel. Ich kann den jetzt dropen, oder? Ich glaub, den könnt ihr das essen. Warte. Ja, du musst den einfach dropen, Alter. Ich glaub, den lässt du hier in sein Gesicht. Komm, iss das, Papa. Du musst das essen. Nein, mehr an deinem Kopf. Es ist nicht so einfach, als ich ihn zu retten. Warte mal, und? So, jetzt liegt's gut neben ihm. So, es ist das, es ist das. Ja, guck mal, Alter. Hä? Er kann wieder stehen, die Ärzte. Guck mal. Oha, den gibt's wieder gut. Nein, Alter. Hallo. Was ist mit dem? Komm. Warum guck da hin, Mann? Hallo. Keine Ahnung, was der macht, Alter. Ha, da folgt er uns. Ja, Mann. Komm ins. So, ich brauche mir die Tür ab, damit er überall durch kann, Mann, weil das richtig breit, mein Papa. Da muss er aber hingehen. Oh, Mutter. Okay, ganz richtig. Ja, Mann. Da muss er mit meinem Cousin. Okay, dann holen wir gleich, Papa. Ist okay. Ey, Alter, bitte, Mama, ess. Ess, das schmeckt richtig gut. Du kannst ihm vertrauen. Dann hast du gegessen. Oha. Nice. Ich kann auch wieder stehen und laufen. Ja, Mann. Okay. Die freut sich dann auch. Nice, nice, nice. Das ist auch den Cousin rettend. Der ist auch wichtig. Komm mit, Mama, Papa. Ihr müsst zusehen. Ich bin hier Doktor geworden. Komm mit. Los, folgt uns. Unser Cousin ist auch wichtig. Du musst ihm helfen, Alter. So, er braucht einfach mir hier, Burschen. Ich würde sagen, ich werfe einfach ein paar Stück hin. Ja, Mann, Alter. Freut sich das hinterher wieder auf. Ja, vielleicht wird er wieder aufstehen. So, ich werfe einfach. Ich habe mehrere. Zwei habe ich noch. Ich werfe die noch hier in die Seite. So. Und noch auf sein Gesicht. Oha, der Arme, Alter. Guck mal, da kann er jetzt auch wieder stehen, Alter. Oha, nice, Alter. Los, folgt mir. Ja, alle sind gesund. Oh mein Gott, der ist geschafft, Alter. Guck mal, die ganze Familie. Allen geht es wieder gut, glaube ich. Alter, geht es dir auch gut. Warte, wo ist mein Purschen eigentlich? Ja, geht es auch gut, Alter. Guck mal, alle sind wieder ganz gesund und froh und munter. Ähm, Alter. Aber ich merke gerade, die haben alle richtig Hunger. Hör auf, was, Alter? Ähm, da gibt es so was. Die mögen so ein neues Gericht. Das heißt, komm nicht essen, du bist sauer. Alter, wir wollen nicht essen. Nein, Mann, Hilfe. Aber danke, dass du uns geholfen hast, Alter. Wir wollen dich trotzdem essen. Komm, Alter. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, shoppen vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Ciao.